Deutschland vertieft seine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Wasserstoffforschung. Fünf deutsche Firmen hätten entsprechende Absichtserklärungen unterzeichnet. Das teilte Wirtschaftsminister Habeck bei seinem Besuch in Abu Dhabi mit. Gestern war er in Sachen Energieversorgung bereits in Katar unterwegs. Ziel von Habecks in die arabischen Länder ist es, Deutschland von russischen Gaslieferungen unabhängiger zu machen. Der Bundeswirtschaftsminister in Katar. Wer etwas will, muss freundlich sein. Auch zu Staaten, die von demokratischen Werten weit entfernt sind. Deutschland braucht Gas aus dem Reichen Emirat, um möglichst schnell, möglichst unabhängig zu werden von russischem Gas. Katar freut sich, von Deutschland gebraucht zu werden. Der Emir und Wirtschaftsminister Habeck vereinbaren eine Energiepartnerschaft. Für die Linke der falsche Weg. Die Grünen geben damit ein wichtiges Ideal auf. Es werden russische Oligarchen durch Oligarchen aus Katar ersetzt. Und Katar ist ein Land der Menschenrechtsverletzung. Und dort zählt ein Menschenleben nicht viel. Und das können wir natürlich überhaupt nicht hinnehmen. Das ist keine wertebasierte Außenpolitik. Habeck antwortet, Menschenrechtsverstöße habe er in Katar durchaus angesprochen. Einiges sei auch schon besser als früher. Und überhaupt, weg vom Gas aus Russland komme Deutschland nun mal nicht ohne Gas aus Katar. Kurzfristig schon gar nicht. Deutschland hat sich abhängig gemacht von Putin. Wir fördern kein Erdgas mehr bei uns. Wir fördern kein Öl mehr bei uns. Wir fördern keine Kohle mehr bei uns. Wir wollen kein amerikanisches Fracking-Gas. Man muss jetzt mit verschiedenen Partnern, die ihre Eigenarten haben, versuchen, in Gespräche zu kommen. Der Energieexperte Andreas Goldthau sieht das ähnlich. Bei Öl und Gas sei man leider oft auf zweifelhafte Regime angewiesen. Entscheidend sei, sich nicht mehr auf ein einziges zu verlassen. De facto ist Deutschland zu 55 Prozent von russischem Gas abhängig. Und hier eine Diversifizierung vorzunehmen, zum Beispiel, indem man nach Katar schaut oder in andere Weltregionen, macht durchaus Sinn, weil man damit weniger vulnerable wird und damit auch die Abhängigkeit sinkt. Die Abhängigkeit von Katar wird nicht signifikant steigen. Es wird sich nicht um extrem große Mengen handeln. Habeck ist inzwischen weitergereist in die Vereinigten Arabischen Emirate. Es geht um Solarenergie für grünen Wasserstoff. Was deutlich macht, auch bei erneuerbaren Energien sind nicht alle Partner Demokraten. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist die Börse in Moskau geschlossen, aus Angst vor massiven Kurseinbrüchen. Nun aber hat die Zentralbank einen Teil der Geschäfte wieder zugelassen, und zwar in einem sehr engen Rahmen. Einzelheiten dazu von Sami Ibrahim. Es ist bereits die längste Schließung einer Börse in der Geschichte Russlands. Nun wird ganz, ganz vorsichtig geöffnet. Gehandelt werden durften nur russische Staatsanleihen, das auch nur für festgelegte Zeiträume und Leerverkäufe, sogenannte Wetten auf fallende Kurse, waren ganz verboten. Nicht gehandelt wurden weiterhin Anleihen von Unternehmen und Aktien. Der Handel mit Anleihen fand im diskreten Aktionsmodus statt. So konnten Kursbewegungen vorerst unter der Decke gehalten werden. Man darf aber getrost davon ausgehen, dass russische Anleihen kräftig fallen dürften. Alle großen Ratingagenturen weltweit haben dem Land den sogenannten Ramsch-Status verpasst. Staatsanleihen aus Russland gelten also als hoch spekulativ. Wer sie kauft, darf auch mit einem Zahlungsausfall rechnen. Aus diesem Grund fliegen solche Papiere wegen entsprechender Regeln aus vielen Fonds und Depots, was den Druck noch einmal erhöht. Unklar ist, wie es nun insgesamt weitergeht. Denn der Aktienhandel könnte noch eine Weile ausgesetzt bleiben. Zu gravierend wären die Kursverluste, sobald die Börse den regulären Handel wieder aufnimmt. Ungewöhnlich ist so eine Börsenschließung auch nicht. Sie kann auch in Deutschland vom Staat angeordnet werden, wenn zum Beispiel das Wirtschafts- oder Finanzsystem in Gefahr wäre. Zuletzt ist eine längere Schließung hier während der Weltkriege der Fall gewesen. Ähnlich durfte auch die Zentralbank in Moskau verfahren. Solange der Krieg und die Sanktionen andauern, ist an einen normalen Börsenhandel auch gar nicht zu denken. Und viele Firmen haben sich ja den internationalen Sanktionen gegen Russland schon angeschlossen, so zum Beispiel Volkswagen. Der Konzern hat seine beiden Standorte in dem Land vorerst geschlossen, darunter das Werk in Kaluga mit etwa 4000 Mitarbeitern. Noch halten sich die Auswirkungen für die Menschen dort in Grenzen. Stillstand im Volkswagen-Werk von Kaluga, drei Stunden von Moskau entfernt. VW hat wie viele andere westliche Firmen seine Produktion in Russland vorübergehend gestoppt. Doch von Panik unter Beschäftigten keine Spur. Kaluga 2 heißt dieser kleine Vorort. Hier wohnt der 35-jährige Dmitry Surosov mit seiner Frau. Als Schweißer hat er bei VW angefangen. Seit Jahren arbeitet er in der Qualitätskontrolle. Den Stopp des Werks sieht er entspannt. Das ist wie Urlaub. Für mich hat der Urlaub begonnen. Denn der Produktionsstopp wird ja bezahlt. Deshalb ist alles okay. Wir erholen uns jetzt, dann werden wir bald weiterarbeiten. Die Lebensmittelpreise sind etwas gestiegen, aber noch spüren wir das nicht so stark. Vermutlich merken wir das erst später. Wir haben in Russland schon so viel durchgestanden. Eine Finanzkrise, andere Krisen. Uns macht überhaupt nichts mehr Angst. Krim, Volgograd, St. Petersburg. Die beiden reisen gern, haben aber noch nie einen Grenzposten ins Ausland überquert. Im Nebenjob renoviert Mitri Wohnungen und verdient sich etwas dazu. Er und seine Frau schauen auf YouTube Angelvideos. Nachrichten gucken sie nie. Man muss wissen, was im eigenen Leben passiert. Nicht, was in der Welt geschieht. Das Weltgeschehen können einem Wenn, dann die Nachbarn oder die Menschen im Supermarkt erzählen. In Kaluga hängen viele Arbeitsplätze an der Autoindustrie. Neben Volkswagen hat auch das Volvo-Lkw-Werk den Betrieb vorübergehend eingestellt. McDonalds ist geschlossen. Auch Mercedes exportiert keine Autos mehr nach Russland. Kehrt das Land zurück zu heimischen Autos? Die Probleme sind riesig. Aber unsere Machthaber sagen, dass wir alles hinbekommen. Leider glaubt ihr die Bevölkerung das bislang. Für die einfachen Menschen ist es leichter, so zu denken. Sie verstecken sich vor den Problemen. Und dagegen kann man gerade nichts tun. Auch Dmitri und seine Frau wissen, wie viele Russen nur grob von der sogenannten Spezial-Militär-Operation ihrer Armee in der Ukraine Bescheid. Es kümmert sie kaum. Erst wenn es einem schlecht geht, interessiert man sich für Politik. Solange alles okay ist, warum solltest du dich dann darum kümmern? Auch an diesem Erholungsort flüchten daher viele Russen vor der Realität. Banyas und danach ein Bad im eiskalten Wasser. Für manche einfach Ablenkung von den großen Problemen, bei denen sie ahnen, dass sie auf Russland zurollen. Der Wegfall vieler Corona-Regeln gestern bedeutet auch, es gibt keine Homeoffice-Pflicht mehr, die der Staat noch vorgibt. Dennoch appellieren Experten und Gewerkschaften, weiter die Möglichkeit anzubieten, von zu Hause aus zu arbeiten, solange die Neuinfektionen noch so hoch sind. Viel liege nun in der Eigenverantwortung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. In den vergangenen Monaten war es oft still in den Büros des IT-Unternehmens ADACOR in Offenbach. Manche hier freuen sich, wenn nun einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice zurückkehren. Ja, die kurzen Pläuchchen mit meinen Kollegen, die sind für mich wichtig. Ob es jetzt einfach ist, um ab und an mal einen Bildschirmwechsel zu haben und mal an was anderes denken zu können oder ob es auch einfach ist, um Gedanken auszutauschen. Vielerorts herrschte in den vergangenen Monaten in Büros die große Leere. Wie hier in der Frankfurter Lufthansa-Verwaltung. Vor einem Jahr arbeiteten in Deutschland 32 Prozent aller Beschäftigten von zu Hause aus. Im Sommer sank der Wert auf 24 Prozent. Zuletzt waren laut einer Erhebung des IFO-Institutes 28 Prozent aller Beschäftigten ganz oder teilweise im Homeoffice. Heute nun endet die Pflicht für Arbeitgeber, Mitarbeitern Homeoffice zu ermöglichen. Und doch, viele bleiben flexibel. Das IT-Unternehmen Adacor erlaubt künftig zwei Tage Homeoffice pro Woche. Und die Lufthansa etwa holt zunächst nur 30 Prozent des Verwaltungspersonals zurück in die Zentrale. Wieder mehr Menschen in Büros, das sei vertretbar, wenn die Voraussetzungen stimmen, meinen Experten. Die beste Lösung sind natürlich raumlufttechnische Anlagen, um eine wirklich gute Lufthygiene in den Büros zu ermöglichen. Und dann kann man auch ganz gut in Großraumbüros zusammenarbeiten. Wieder volle Büros. Viele Unternehmen gehen einen anderen Weg.